Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht einlassen. Da schreibt es im Prinzip auf. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht einlassen. Müll mithalten. In kürzester Zeit auf. Müll mithalten. In kürzester Zeit auf. Unsolide, wie er ist. Müll mithalten. Unsolide, wie er ist. Der Trank ist im Prinzip auf. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht einlassen. Prinzipiell müsste der Geldschrank jetzt auseinanderfallen. Prinzipiell müsste der Geldschrank jetzt auseinanderfallen. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht einlassen. Wollen kein Kuchenblech. Wollen kein Kuchenblech, sondern solide Panzerschränke verkaufen. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Da schreibt es im Prinzip auf. Müll mithalten. Die Stimmung ist nicht gut. Gibt's nicht gut. Gibt's nicht gut. Gibt's nicht gut. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Wenn er straight durcharbeitet. Gibt's nicht gut. Ist das Ding in kürzester Zeit auf. Ist das Ding in kürzester Zeit auf. Allesamt betrug. Die falsche Brechstange. Die falsche Brechstange. Weich wie Schuhkarton. Deine Trennhexe wird straight angesetzt. Weich wie Schuhkarton. Der Schrank zwar noch nicht auf, aber das ist jetzt nur noch eine Frage von Sequenzen. Bleibt nur eins. Ein lächerlicher kleiner Schnitt und dann was ist das. Die Stimmung ist nicht gut. Gibt's denn jetzt? Nämlich auf eine Minute jetzt nicht reinlassen. Im Prinzip ist dieser Geldschrank auf. Ist das Ding. Ist das Ding. Weich wie Schuhkarton. Müll mit Holz. Unsolide wie Kuchenblech ist dieser Panzerschrank. Müll mit Holz. Prinzipiell müsste der Geldschrank jetzt auseinanderfallen. Unsolide wie er ist. Wenn das Trade durcharbeitet, in kürzester Zeit auf. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht reinlassen. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht reinlassen. Weich wie Schuhkarton. Müll mit Holz. Weich wie Schuhkarton. Müll mit Holz. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt. Durchs Kuchenblech. Durchs Kuchenblech. Durchs Kuchenblech. Durchs Kuchenblech. Geht's denn mit? Ist das Ding. Müll mit Holz. Weich wie Schuhkarton. Allesamt für Druck. Unsolide wie er ist. Wenn er straight durcharbeitet. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht reinlassen. Ist das Ding. Müll mit Holz. In kürzester Zeit auch. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Da schreit es im Prinzip auf. Die Stimmung ist nicht gut. Wie ist das Ding? Bleibt nur eins. Ein lächerlicher kleiner Schnitt und dann wassers. Im Prinzip ist dieser Geldschrank auf. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht reinlassen. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Unsolide wie er ist. Unsolide wie er ist. Nach einiger Zeit. Weich wie Schuhkarton. Bleibt nur eins. Ein leckerlicher kleiner Schnitt und dann wassers. Wenn er straight durcharbeitet. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht einlassen. Die falsche Brechstange. Weich wie Schuhkarton. Müll mit Holz. Im Prinzip ist dieser Geldschrank auf. Wenn er straight durcharbeitet. Der Schrank zwar noch nicht auf, aber das ist jetzt nur noch eine Frage von Sekunden. Müll mit Holz. Unsolide wie Kuchenblech ist dieser Panzerschrank. Geht's denn nicht? Der Schrank zwar noch nicht auf, aber das ist jetzt nur noch eine Frage von Sekunden. Die falsche Brechstange. Weich wie Schuhkarton. Der Schrank zwar noch nicht auf, aber das ist jetzt nur noch eine Frage von Sekunden. Prinzipiell müsste der Geldschrank jetzt auseinanderfallen. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. In kürzester Zeit auf. Im Prinzip ist dieser Geldschrank auf. Und der Schrank ist im Prinzip auf. Wollen kein Kuchenblech, sondern solide Panzerschränke verkaufen. Müll mit Holz. Nur zur Sicherheit gleich noch ein dritter Schnitt durchs Kuchenblech. Müll mit Holz. Und der Schrank ist im Prinzip auf. Müll mit Holz. Unsolide wie er ist. Wir verlassen die Arbeiten, denn langsam wird es brenzlig. Ich will mich auf eine Minute jetzt nicht reinlassen. Und der Schrank ist im Prinzip auf. Und der Schrank ist im Prinzip auf. Bis zum요. Bis zum Applaus. Judy